Du möchtest nicht so lange kommen. Du möchtest nicht so lange kommen. Du möchtest nicht so lange kommen. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Hallo Leute und einen wunderschönen guten Tag. Willkommen bei einem neuen Video der Hundertschule Alvadog. Heute bin ich mal alleine vor der Kamera. Ganz ungewohnt noch. Stefan muss arbeiten. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Und ja, ich wurde kürzlich auf Instagram nominiert zu einer Challenge, die heißt, ich kann Ruhe oder Ruhe lernen mit dem Hund. Ich bin da gar nicht mehr ganz sicher. Ich müsste es dann nachschauen. Aber es spielt auch nicht so eine Rolle. Ich wollte auf jeden Fall das Thema jetzt gleich mal zum Anlass nehmen. Auch hier einen Beitrag zu machen. Weil mich das Thema wirklich sehr wichtig. Also wenn ich das sehr wichtig finde. Ja, also dafür fühlen sich wahrscheinlich jetzt sehr viele mit einem lebendigen, quirligen, hübeligen Hund angesprochen. Aber es betrifft eben auch die, die zum Beispiel einen scheinbar ruhigen Hund haben, der nicht so flippig ist. Aber vielleicht zum Beispiel dann unsicher ist. Oder ein ängstlicher Hund zum Beispiel. Die sind auch nicht wirklich ruhig und in sich ruhend eben. Ja, jetzt, was kann man da tun, damit der Hund ein bisschen ruhiger und entspannter wird im Alltag? Erstmal müssen wir definieren, ja, was ist denn überhaupt mit dieser Ruhe gemeint? Also ist jetzt die Idee, dass wir einen Hund haben, der nur noch schläft und rumliegt. Und dann ist er ein braver, ruhiger Hund. Oder andere, die sagen, ach, das ist ja völlig spaßbefreit. Darf der Hund jetzt keine Freude mehr zeigen? Oder, ja, was erwarten wir, wenn wir von einem ruhigen Hund sprechen? Für mich ist ein ruhiger Hund in erster Linie ein entspannter Hund, als der eine innere Ruhe, eine Gelassenheit ausschaut. Und dann ist er auch wohl. Also dann ist er wohl in sich, in seiner Haut. Dann hat er nichts, der ihn unnötig aufreht. Das heißt es nicht, dass so ein Hund nie freudig herumtollen darf. Das heißt nicht, dass auch so ein Hund nicht auch mal schleckhaft sein darf. Aber das Wichtige ist ja, dass er im Großen und Ganzen im Alltag nicht ständig so unter Strom steht. Sei das jetzt wegen freudiger Aufregung. Sei das jetzt, weil er das Gefühl hat, er muss ständig irgendwas verteidigen. Oder sei das, weil er, ja, weil er eben Angst hat. Oder immer irgendwas erwartet. Oder, genau, einfach immer auch in dieser Erwartungshaltung sein muss. Ja, jetzt ist ja die Frage, wie kriegen wir denn diese Ruhe hin? Also zum einen gibt es natürlich Hunde, die sind schon vom Wurf aus, also schon direkt aus dem Wurf. Als kleine Welten sind die total runtergefahren, total gechillt. Also wirklich ruhige, ausgeglichene Hunde. Ja, dann habt ihr natürlich den Jackpot, wenn man es nicht vermasselt hat. Das ist dann natürlich die Voraussetzung. Und dann gibt es Hunde, wie unser Argon zum Beispiel. Da ist der ganze Wurf schon einfach ein total quilliger, lebendiger, wenn nicht zu sagen, auch ein bisschen nervöser. Was natürlich auch rasterbedingt dann noch ist. Aber die sind wirklich, also die haben sowas von Pfeffer hinten. Und ja, da gibt es sicher auch einige, die ihren Hund da drin wieder kennen. Also sie ist wirklich schon ganz wuselig. Ihr kennt sicher die Videos aus der Wurfkiste, als wir da vom Züchter gedreht haben. Und da sieht man schon, also da geht ordentlich die Post ab. Und so liegt das ja dann auch weiter, als wir nach Hause gekommen sind. Ja, idealerweise schafft man das schon, wenn die klein sind. Dass man da ein bisschen Ruhe reinbringen kann. Und wenn nicht, ist nichts verloren. Aber es ist natürlich schon, wenn die Welpen- und Prägungsphasezeit sehr aufgeregt ist. Ja, dann hat man schon so einiges fortprogrammiert. Das ist so. Und das ist jetzt zum Beispiel bei uns, ist das wirklich auch der Fall. Jetzt, wie kriegt man das wieder hin? Weil man weiß ja auch, nervöse Hunde und zu stark aufgeregte Hunde, die leben weniger lange. Das wollen wir natürlich nicht. Also kann, muss jetzt nicht. Das ist immer alles nicht in Stein gemeißelt. Ja, also jetzt, was ist Ruhe? Also wir können natürlich mit dem Hund Impulskontrollübungen machen. Wir können mit dem Hund Kommandos einstudieren. Einen guten Gehorsam abverlangen. Dass der auf seiner Decke bleibt und so weiter. Ihr habt ja das sicher auch gesehen in den anderen Videos, die noch unter Argon mein Hundeleben gelaufen sind. Wir haben das ja mit Argon auch alles gemacht. Wir sind in die Hunderschule gegangen. Wir haben da diese Übungen gemacht und da wirklich auch intensiv trainiert, aber jetzt nicht verbissen. Also wir waren jetzt nie die Dressurkönige da schlechthin. Wir haben auch nicht Unterordnungen gemacht und so. Weil das für uns nicht das Zentrale war. Und das ist es nämlich auch nicht. Weil diese wirklich wahre Ruhe und Entspannung, die ich jetzt meine, die kriegst du nicht mit Dressur hin. Die kriegst du nicht mit diesem Grundgehorsam einfach so hin. Sondern das ist auch, das ist ein Spiegel seines gesamten Umfelds. Das ist ein Spiegel seinen Menschen und der Umgebung, wo der Hund drin lebt. Und seiner selbst natürlich auch. Also wenn schon so eine Grundvoraussetzung da ist, dann spiegelt sich dann halt auch noch einfach viel intensiver. Verträgt dann einfach weniger. Ja, jetzt wenn zum Beispiel, wenn man zum Beispiel so Impulskontrollübungen macht. Man sagt ja auch immer, wenn du mit dem Hund Impulskontrollübungen machst, dann kannst du hinterher nicht mehr so viel verlangen. Weil da ist eben so hohe Spannung auch drin. Der Hund dann muss ich ja immer zurücknehmen. Also je nach Typ Hund ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Dann fällt das dem leichter oder schwerer. Aber der muss sich zurücknehmen. Der muss sich gedulden. Der muss warten in einer bestimmten Position oder was auch immer. Und er kann seinem Trieb, seinem Impuls nicht einfach so nachgehen. Und das sagt alles gut. Das ist gut und recht und das braucht es auch. Also das musst du auch können. Das ist ganz wichtig. Aber das ist noch nicht die Quintessenz des Ganzen. Weil diese Spannung, die löst sich ja dann zum einen wieder. Aber da ist auch immer eine Erwartungshaltung mit drin. Ja, was folgt darauf? Was kommt danach? Also sei das nur schon wieder ein Freigeben. Das mag für den einen Hund ja easy peasy kein Thema. Und der wird da nicht groß darauf reagieren. Aber für den Hund, je nachdem, kann das eben wirklich so. Ich halte aus, ich halte aus, ich halte aus, ich halte aus. Und dann, oder? Und deshalb lernt er damit nicht unbedingt Ruhe und Entspannung. Jetzt was kann man tun, ne? Also zu meiner Sicht mal bei sich selbst anfangen. Mal das Umfeld ein bisschen anschauen. Sind da sehr viele Turbulenzen mit bei? Ist das ein aufgeregter Alltag? Läuft da ständig irgendwas? Und auch selbst wenn da ein riesen Rummel ist. Es gibt Hunde, die sind total gechillt, wenn ringsherum ein Toguohu ist. Und die fühlen sich total nicht angesprochen. Ja, und das ist auch der springende Punkt, ne? Dann sorgt dafür, dass er sich nicht ständig angesprochen fühlt. Ja, und das bereist du eben in dem, dass du den Hund wirklich mal konsequent ignorierst. Also lass den einfach mal eine Zeit lang links liegen. Und das ist jetzt nicht einfach eine Übung, sondern das ist eine Einstellung, eine Grundeinstellung mit dem Hund. Dass du wirklich sagst, jetzt ist mein Hund dran. Jetzt sind wir, der Hund und ich, ein Team. Jetzt sind wir etwas zusammen und machen. Jetzt sei das Dressurübungen, sei das Kommandosübungen, sei das ein Spiel, sei das Kuscheln, egal. Jetzt ist der Hund dran. So, und dann hat er seine Sequenz und dann ist er nicht mehr dran. Und dann wirklich nicht mehr dran. Also achte dich mal, wie oft am Tag, dass du den beachtest. Sei das vom morgendlichen Aufstehen, sei das der erste Blick, sei das das erste Wort vom Heimkommt, vom Weggehen. Sei das, wenn du in die Waschküche gehst und dem das noch sagst, ich geh jetzt mal in die Waschküche, wirst du mitkommen oder nicht. Sei das, ja ich geh jetzt kochen, du kriegst nichts, alles solche Dinge, ne? Achte dich mal, wie oft, dass du schon nur an ihn denkst. Also Hunde sind ja wirklich sehr feinfühlig. Hunde, kleine Kinder, auch alte Menschen zum Teil fühlen das wieder. Die haben viel, viel feinere Antennen als wir, die dazu gemüllt sind, die Mahltag mit allem Möglichen. Ja, achte dich mal, wie oft du mit deinem Kopf bei deinem Hund bist. Und jetzt versuch das mal, versuch das mal auf 20% runter zu reduzieren. Also kommt jetzt natürlich wieder auf die persönliche Situation auf, wie viel Beachtung kriegt er eben und wie viel schon vielleicht nicht. Also das ist jetzt wirklich sehr individuell, aber einfach mal so als Mischwert. Ja, und dann, wenn du den beachtest, dann sei aber 100% bei ihm. Dann sei wirklich bei ihm. Wenn du mit dem nach draußen gehst und einfach mal einen Spaziergang machen willst und nichts denken willst dabei, dann ist es völlig okay. Das muss nicht immer Programm sein. Aber wenn du dann wirklich, solltest das wirklich draußen auch mehr machen als drinnen, dann hast du draußen auch mehr Aufmerksamkeit vom Hund als drinnen. Dass du wirklich ja sagst, so und jetzt machen wir was Tolles zusammen. Egal was, Hauptsache du bist dann voll und ganz bei deinem Hund. Und dann ist diese Sequenz abgeschlossen und du bist wieder bei dir. Also bei deinem Partner und Kindern und Arbeit oder was auch immer dann. Bei deinem Tagesgeschehen. Und der Hund, der kann da sein, der ist einfach da, der ist mit dabei. Aber er kriegt ja eine Beachtung in dieser Zeit. Also das ist wirklich etwas sehr Essentielles, das ich jetzt mitnehmen konnte in den letzten Wochen und Monaten. Und das bringt dann wirklich so eine Entspannung mit rein. Also man sieht ja dann auch oft, also eben gewisse Dinge, die kriegst du einfach nicht mit Kommandos und mit Dressur und so, mit dieser gängigen Erziehungsmethoden hin. Weil, schau mal, das gibt Leute, bei denen sind die Hunde wie Butter. Und die lieben die. Also das ist wirklich ja manchmal sehr eindrücklich. Dann redet man so von Pferdeflüsterer und Hundeflüsterer und all so Zeugs. Aber achte dich mal, was die Leute auch sonst für eine Ausstrahlung haben. Das sind jetzt keine Magier oder so. Das kann man alles lernen. Und für mich ist das wirklich, ich hatte so viele Schlüsselmomente jetzt auch. Es hat mich so vieles jetzt wieder zurückgerinnert an meine Kindheit, an meine Jugend. Also ich komme ja aus einer Kampfkunstfamilie. Und es ist nicht zu verwechseln mit Kampfsport. Also diejenigen, die da sich so ein bisschen auskennen, vielleicht wissen das. Und in der Kampfkunst, da wird sehr viel mit Energie gearbeitet. Also da wird auch sehr viel an sich selbst gearbeitet. Und ja, das ist mir natürlich jetzt alles wieder. Da hat sich das aufgeschaltet, wie Synapsen, die da aufgegangen sind. Und auch aus meiner Zeit jetzt in der Pädagogik. Da haben wir ja mit kleinen Kindern gearbeitet aus schwierigen Umständen. Und da kommen so viele Dinge jetzt zusammen, die ich verknüpfen kann. Und wo ich sehe, ja, eben zum Beispiel das Menschenkind ist nicht ein Hundekind. Die haben andere Bedürfnisse, die haben eine andere Sprache, die äußern sich anders. Aber was die Führung angeht, was die Erziehungsbasics angeht, da gibt es schon ganz viele Parallelen. Mir hat jetzt zum Beispiel der Hund auch sehr viel dabei geholfen, mit meinem Teenager anders umzugehen. Also einfach, ja sei das schon mal, nicht so viel zu diskutieren. Ja, das einfach, ja ich neige dazu, einfach zu viel zu reden, das weiß ich und das ist bekannt. Und ja, und dann lernt man das eben. Der Hund hält einem dann, oder eben auch Manchini oder so, die halten einem dann oft auch einfach den Spiegel vor. Und dann muss man so ein bisschen über die Bücher, ne. Also selbst wenn man so tief drin steckt, merkt man das ja oft gar nicht so und ist sich das nicht so bewusst. Und dann stockt es irgendwo und dann braucht man manchmal ja auch jemanden von außen, der einen so ein bisschen drauf hebt und sagt, hey, guck mal da, schau es mal von dieser Seite an und so. Ah ja, genau. Wäre ja auch noch ne Möglichkeit. Genau. Aber eben, und wiederum umgekehrt eben, also der Hund, also die Hunderziehung, der hat mir sehr viel geholfen in der Kinder- oder Teenagererziehung jetzt. Wir haben ja keine kleinen Kinder mehr. Und wiederum die Kindererziehung, da das Pädagogische, das ich da gelernt habe, aus dem sozialen und pädagogischen Bereich. Aber auch da habe ich wieder so ein bisschen eine andere Schiene auch gehabt, als so die gängigen Methoden und so. Ja, ein riesen Kapitel auch. Aber da hat es wirklich auch sehr viele Parallelen und da konnte ich sehr viel jetzt auch mitnehmen und profitieren. Und ja, also ich muss auch sagen, ich bin ja überhaupt nicht einfach so der total durchgechillte Mensch. Ich neige auch eher dazu, so ein bisschen ein Nervenbündel zu sein. Oder war das eine Zeit lang auch ziemlich stark, obwohl ich das als Kind ja eben ganz anders gelernt habe und mitgekriegt habe. Und Stefan ist da, jetzt ist er eben nicht da, muss ich stellvertretend für ihn reden und er ist eher so der Fels in der Brandung. Also er ist viel mehr so tiefenentspannt und das hat zum Beispiel auch ab mich abgefärbt. Also ich habe mir da auch vieles von ihm, also ich habe vieles von ihm so übernehmen können. So wie er zum Beispiel von mir, dass das viel strukturierte und so, das hat auch auf ihn abgefärbt. Also ich glaube auch positiv. Genau. Ja und so verschmilzt man dann ja auch so ein bisschen und auch mit dem Hund. Also wenn man selber so ein unruhiger Mensch ist oder vielleicht bist du dir das gar nicht so bewusst, ob du, du denkst vielleicht du bist ruhig und bist es vielleicht gar nicht. Ja schau mal zum Beispiel in Ausnahmesituationen, ob du da und ich meine jetzt nicht Gleichgültigkeit. Also Ruhe und Gelassenheit ist für mich nicht dasselbe wie Gleichgültigkeit. Das ist nicht einfach dasselbe. Aber schau mal, ob du dich schnell aus der Fassung bringen lässt. Schau mal, ob du schnell wüten willst oder gehässig. Schau mal, ob du schnell aufgedreht bist und schnell quillig bist oder hüblig bist. Oder ob du einfach mit beiden Füßen auf dem Boden stehen kannst und da auch so eine gewisse Stabilität empfindest dabei. Also jetzt rein vom Gefühl her, rein von der Energie her. Ich meine das jetzt nicht mit dem physischen Körper, sondern einfach, fühlst du dich wirklich geerdet und stark und stabil und kann da ein Sturm kommen und der weh dich nicht einfach gleich so um. Oder bist du jemand, der sich sofort immer gleich aus dem Konzept bringen lässt. Also das kann auch, das kann auch empfehlen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Freundin, die hat wirklich viele Turbulenzen in ihrem Leben. Die hat vieles, was sie stemmen muss und macht das auch super gut. Aber die hat mit vielen Widerständen zu kämpfen und ja, da ist zum Beispiel, die hat jetzt einen Hund, einen ganz feinfühligen Hund, einen sehr ruhigen, zarten Hund. Und dieser Hund fordert sie jetzt eben nicht auch noch. Also das ist wirklich schön. Da, sie hat jetzt zum Beispiel, da so, die kommt mir immer vor, das ist wie ein kleiner Engel, ne? Also wirklich einfach eine Seelenstütze gekriegt. Und dann, bei uns ist das zum Beispiel gar nicht so. Also Arakon, der war jetzt überhaupt nicht, ja? Ja, da guckt er von hinten, geht. Der war jetzt überhaupt nicht, aber der merkt jetzt zum Beispiel auch, dass ich ihn nicht angesprochen habe, sondern er hat jetzt einfach seinen Namen gehört und kurz geguckt. Aber der merkt ganz genau, dass ich ihn jetzt nicht angesprochen habe und nicht von ihm spreche. Genau, und dieser kleine Boden da, als der kam, da war der schon, ja, Gesundheit. Und noch ein bisschen schütteln und ja, jetzt habe ich ihn natürlich trotzdem angesprochen. Ja, komm doch mal hoch. So, komm doch mal hoch. Hopp. Hä, komm doch mal hier hoch. Komm hoch, Arakon. Komm hoch, komm hoch. Da, komm hoch. Geht euch bitte. Komm hoch. Hopp. So. Und hier, und hier. Und hier, und hier, und hier. dann habe ich wenigstens jetzt ein gesprächspartner dabei einen videopartner abschlecken mag ich nicht genau ja jetzt hat er nicht raus jetzt weiß ich nicht mehr ja ein bisschen ohrenklaude ja genau und schon hat er die ganze aufmerksamkeit auf sich gezogen aber das macht jetzt nichts wollen wir ja soll ich sagen war das eben nicht so an der war überhaupt nicht ein gechillter hund von anfang an er macht sich jetzt ein bisschen hinlegen normalerweise darf ich hier nicht drauf aber jetzt habe ich ihn dazu eingeladen genau der war von anfang an nicht ein gechillter hund er hat uns wirklich schon eine rechte herausforderung für uns und ist kleines am vaterieblasen und denkt das vielleicht gar nicht so aber das problem ist ja eigentlich ist ein absolut problemloser hund aber das sein größtes thema war immer diese aufregung und ich habe dann zeitweise wirklich gedacht ja wir machen wirklich alles was wir da gelernt haben jetzt in der hunderschule und ich gebe mir solche mühe und ich übertreibe sie auch nicht mit der auslastung aber er hat trotzdem genug auslastung und so weiter ich habe das wirklich hin und her immer wieder überlegt und und gedacht ja was ist denn wo liegt der hase im pfeffer wo ist das problem dass der nicht da noch ein bisschen gechillter wird und so und jetzt klar das ist noch ein junger hund und so aber wenn ich dann manchmal andere hunde gesehen habe in der mahlzeit habe ich gesagt das kann ja einfach nicht sein und jetzt dadurch dass wir wirklich dieses also dass ich da so viele schlüsselmomente hatte mit diesem diesem ganzen dass das über die ganze ausstrahlung die energie geht und dass da wirklich sehr viel über die führung geht halt auch ich kann das nicht in ein paar sätze packen das ist wirklich etwas ich werde dann auch versuchen nach und nach auch übungen aufzubauen wie man selbst mehr in diese ruhe kommen kann und da so ein eigenes konzept versuchen aufzustellen und also vielleicht überhaupt nicht zu glauben wir seien da schon am ziel angekommen überhaupt nicht also wir sind da auch noch immer wahnsinnig am üben ich weiß auch nicht ob wir es jemals noch hinkriegen also das wirklich vollständig haben ob der wirklich so ein vollständig entspannter hund jemals werden wird also der grund gechillte hund wird vielleicht niemals werden man ja wir dürfen auch nicht diesen anspruch haben weil eben es ist die rasse es ist der ganze wurf halt schon diese wahnsinnige diese hohe energie level schon hatte dann hat er als welke und in der prägungsphase hat er viel zu viel aufmerksamkeit gekriegt wie ein kleiner obelix der im top der aufmerksamkeit gefallen ist obwohl wir schon dachten wir wieder geben dem genug ruhephasen und genug und nicht zu viel aufmerksamkeit und das haben wir vielleicht gegenüber anderen auch gemacht aber bei diesem hund war es immer noch zu viel und diese auswirkungen ja die 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 merken wir halt jetzt zeitverzögert und gleichzeitig hat mich aber ja jetzt auch wieder auf diesen weg gebracht also ich habe mich ja durch ihn auch auf die suche gemacht und ich wollte das herausfinden und genau wissen und ja jetzt hat das eins und andere wirklich so ja diese synapsen aufgeschalten und diese aha effekte ausgelösen es gelingt uns auch nicht jeden tag gleich gut und ich bin dann auch manchmal mag ich nicht und und hab das gefühl ohne jetzt habe ich nicht die richtige energie dazu und jetzt klappt es ist es auch okay und ich erwarte jetzt auch nicht dass ich ja irgendwann mal so ein vorführhund habe und zum perfekten eben zum vorzeigehund das das wird ja nie sein macht auch nichts weil ja das das werden wahrscheinlich einfach jetzt zu hohe ansprüche aber was wir machen können ist das auf ein auf ein niveau zu bringen auf ein level zu bringen dass der trotzdem entspanntes leben führen kann also dass er nicht ständig in diesem ausnahmezustand sein muss dass er nicht ständig weg und wegen allem und jedem gleichen was ist denn da also jetzt nicht wo 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 mit bällen sondern einfach dieses das kommt jetzt und das kommt jetzt und jetzt muss immer was laufen also das ist zwar drinnen ist er ist er extrem gechillt also zu hause da liegt er mehr oder weniger nur rum und das ist eigentlich auch ein gutes zeichen und draußen ist er halt dann schon immer noch also er ist auch viel ruhiger geworden als auch schon sicher weil er schon ein bisschen ält geworden ist aber auch weil wir das wirklich jetzt auch intensiv geübt haben auch draußen ja also ich hoffe dass die das ein bisschen weiterhilft und da dass das vielleicht auch einen ganz neuen ansatz noch mit gibt wie man das ganze an thema angehen könnte und ja ich würde mich sehr freuen wenn du uns einen kommentar hinterlässt unten und mal so ein bisschen auch austauscht und bringt das ja wie du das so erlebst und siehst und oder ob du das vielleicht auch schon probiert hast und ob es gefruchtet hat schon ein bisschen genau und ja abonnieren bin ich natürlich sehr froh und liken natürlich dann weiß ich ob es euch gefallen hat und ja dann freue ich mich aufs nächste Video und ich hoffe du auch jetzt habe ich jetzt ja jetzt habe ich jetzt habe ich noch jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt habe ich den faden total gelungen jetzt habe ich wir müssen noch 10 wagen wir müssen noch 10 dir müssen noch 10 dass ich habe ich habe also also Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.